Hallo Leute und willkommen zurück, ja willkommen zurück zu Mario Editor. Das ist nämlich der zweite Teil des Let's Shows, denn diesmal spiele ich Level von anderen, nämlich dieses hier, Kirisame Grasslands und Invisible Bridges. Ja, das sind die zwei Level, die ich heruntergeladen habe. Ich kann euch ja mal die Website auch verlinken. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit einem von beiden Level. Dann nehme ich mal das hier. So, Mario is Star. Oh, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Dann gehe ich hier hoch. Wow, direkt eine Bummerhangblume und direkt getroffen. Ah, jetzt muss ich hoch. So. Der Start war jetzt nicht der allerbeste, aber ich habe die Bummerhangblume. Das macht einfach so einen Spaß, Leute. Ah, getroffen. Okay, der Start war vielleicht doch nicht so gut jetzt. Ja, ich bin diesmal richtig motiviert hier in Mario Maker. Ich meine natürlich Mario Editor. Ja, ich wollte halt jetzt sofort zu der Bummerhangblume. Habe es aber doch nicht so schnell geschafft. Ja, bitte. Ja, blöder Koopa. Und wieder alle leben. Ja, perfekte Zustand. Das ist irgendwie krass hier. Willkommen zu Christian Grafless. Ja, ours is raining. Ja, das sieht man ja. Das braucht der Levelersteller einem ja nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist so genial. Und ich finde es auch viel besser als Minecraft jetzt. Also, Minecraft allgemein finde ich zwar ein bisschen besser, auch die Ninjis, aber die sind ja rot. Gab es rote Ninjis? Anscheinend schon. Und ein grauer Sniffet. Ja, die gab es aber definitiv nicht. Kann ich die Kugeln jetzt eigentlich ram? Oh. Fuck. Kann ich nicht. Oh, die springen ja hoch. Hauf habe ich gar nicht geachtet. Nur noch ein Leben. Aber auch allgemein, die Level, die hier in Mario Editor gebaut wurden, sollen ziemlich schwierig sein. Oder ein Kiss. Aber auch die Musik ist so schön. Ich bin richtig motiviert jetzt hier. Nein. Was? Wenn man den Grund berührt, dann stirbt man direkt. Ja. Jetzt kann ich mich ruhig treffen lassen. Es wird ja eh wieder durch die... Das Leben wird ja eh wieder durch die Wurmachungblume aufgefüllt. Please. Mario. So. Bäm. Die Wurmachungblume. So, jetzt kann ich wieder Wurmachungblume. Und bitte lasse ich mich treffen, Mario. Das wäre ganz nice. Bäm. Ja. Hey, was war das? Ich konnte nicht getroffen werden. Ich war in Visible für eine kurze Zeit. So. Bäm. Ich bin selten so motiviert in dem Video. Aber ich finde Mario Editor einfach genial. So viel neuer Mario-Stuff. So, Bumerang. Aber Bumerang ist eigentlich ganz okay. Er fliegt jetzt nicht allzu weit, aber er kommt auch wieder zurück. Und kann so dann wieder einen Gegner treffen. Für einen Bosskampf vielleicht sehr relevant. Aber bitte, Mario. Nein, nein, nein. Ich kriege das ja einfach nicht hin. Ich bin wieder nicht zu schneiden jetzt hier. Das ist einfach blöd. Ah, bitte. Okay. Es scheint, als würde ich es wirklich schneiden müssen. Bis dann, Leute. Okay. Hier bin ich wieder. Aber. Oh, ich habe es rüber geschafft. Endlich. Aber jetzt kommen mir noch diese Monty-Maulwürfe. Boah, die hasse ich. Und das Spiel cheatet mal wieder. Naja. Da ich hier nicht weiterkomme, würde ich sagen... Nächster Level. Play. Ja, ich kann ja in dem anderen Level mal ein bisschen cheaten. Wenn das Spiel cheatet, warum sollte ich das nicht auch dürfen? Okay. Naja, das ist wie in dem ersten Mario Bros. 3. Da gab es das doch auch mal, oder? Ich weiß es nicht mehr. Naja, vielleicht war das auch nur in Mario Maker so. Und muss ich jetzt nicht hier irgendwie wieder hochkommen? Okay, man muss rennen. Naja, die Idee... Hier geht es so, aber... Was? Okay, jetzt muss ich das hier wieder so machen. Ihr könnt ja auch mal abstimmen, ob ich ein Let's Play dazu machen soll. So. Denn mir würde es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen. Ja, es ist ein bisschen blöd, wenn man nur noch Minecraft macht. Irgendwann will man dann wieder ein bisschen Abwechslung. Und das ist einfach das beste Game für Abwechslung. Oder anders gesagt, der beste Editor für Abwechslung. Ja, ein Checkpoint. Das gibt es hier nämlich auch. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Oh. Okay. Ist ja eigentlich alles gleich. Aber auch diese Teile, da kann man nicht mehr zurück. Das gibt es auch in Mario Maker, aber in einer anderen Form. Und das hier ist das Ninja Outfit. Ja, da kann man solche Ninja Stars... Ich glaube, die heißen Shurikens schießen. Das ist genial. Und was man noch kann, man kann so an Wänden dann springen und hochklettern. Oh, ist das genial. Ich selber habe ich es noch nicht herausgefunden. Also bis jetzt, aber irgendwie komme ich hier wieder weg. Jetzt muss ich also wieder, ich muss wieder so lange hier klettern, bis ich den Boden berühre. Aber es sieht schon irgendwie cool aus, das Ninja Outfit. Das muss man sagen. Ja, das... Die Shurikens fliegen dann auch immer, ja, in eine gerade Linie. Die Betten hier sind wieder Blöcke. Ja. Wie sollte es anders sein? Wow, das sind aber ein bisschen viele Blöckereine pflanzen hier. Ja, sogar die Kugelwillis können in andere Richtungen fliegen. In Mario Maker gingen da ja nicht so viele Richtungen. Und ich bleibe trotzdem ein Ninja? Eigentlich müsste ich mich ja jetzt zurückverwandeln, wenn ich Schaden nehme. Aber anscheinend bleibt dieses Outfit. Anscheinend kann man das irgendwie einstellen. Ist ja sehr, sehr vielfältig. Und das war ungünstig. Das wollte ich gar nicht. Und ja, ha, ha, ha. Fuck. Okay. Puh, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht muss man sich da ja langsam vorarbeiten. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ob ich cheaten soll. Aber das wäre schon ein bisschen... Ja, es muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wenn man einmal fällt, muss man nicht gleich cheaten. Dann versuche ich erstmal, mich hier langsam vorzuarbeiten. Und dann... Dann im Notfall cheat ich vielleicht. Und ich habe schon eine Vermutung, was ich ja machen muss. Nämlich, als Ninja hier hochklettern. Ja, sonst hätten wir ja nicht dieses Outfit bekommen. Oh, das geht hier durch. Oh nein. Nein, Mario. Das ist eben auch manchmal ein bisschen nervig hier. Oh Gott. Oh nein, bitte nicht. Okay, das kriege ich so nicht mehr hin. Return to my menu. So. Das ist das erste Level, in dem wir cheaten. Und die Wolken. Okay, ist das jetzt Background, oder? Okay, es gibt auch halbe Wolken. So. Leider muss ich jetzt hier ein bisschen cheaten, weil der Level doch etwas zu schwierig ist. So, ich würde sagen, ein Block. Und ganz normal, das ist schon ein Block. Hier hin. Und dann ein... Na, wobei ein Pilz ist ein bisschen zu schwach. Na, wobei der... Da kriegen wir dann eh ein Item. Da kommt ein Pilz hin. So. Start. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Ich hab's mir nur ein kleines bisschen einfacher gemacht. Da würde doch niemand sagen... Gecheatet. Gecheatet. Ah, hilf ich. So. Na, ah. Oh Gott, oh Gott. Na, jetzt... Jetzt hab ich mich treffen lassen. Na, ich hasse einfach dieses Sniffed. Ich hab so einen Fisch gekickt. Nein. Bitte nicht. Der Pilz. Halt. Ich hab' den Pilz versaut. Aber hier ist eh einer. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Als ob der hier hoch kann. Er hört man aber auch Luigi, wenn man den Pilz ansammelt. Oho. Oh yes. Er hört man Luigi's Stimme mit. Bitte nicht sterben. Entgiftet's? Na, der schadet mir. Ich war mir jetzt nicht sicher. Aber er schadet mir tatsächlich. Das... Das ist jetzt nicht so toll. Oh nein. Warum hat Mario nicht die Koopa-Shell genommen? Und was ist das für ein Vieh? Das schießt dir Feuer. Und ich glaub, ich hätte den Koopa ge... Braucht. Ich glaube, der Koopa muss respawnen. Aber solange die Schell nicht respawnen, kann der Koopa auch nicht respawnen. Oh man. Na gut. Ich versuch's nochmal. Ich lade diesmal noch ohne das Bauer ab. Vielleicht geht's ja besser. Das hört sich jetzt dumm an. Aber man will mal Bumerangs schießen. Und das geht halt oft nicht. Und... Ja, dann... Dann failt man. Diese Flügel passen wirklich. Bitte nicht. Na, Pilz! Boah! Aber wahrscheinlich werde ich dann wieder tot gehatet, weil ich 20 Mal gefehlt habe. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Return to Editor. Jetzt reicht's mir wirklich. So. Jetzt kommen erstmal alle Gegner hier weg. So. So. Alle Abgründe auch. So. Ihr killt doch den Gegner, zur Hölle. Ja, lol, jetzt geht's auf einmal. Anscheinend muss man das so ausgerissen. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder hier die Röhre nehmen und erst dann kann ich die Röhre entfernen. Gut, ich hab eine andere Idee. So, bäh, da kann man nichts mehr anhaben. Und ihr auch nicht. Wir müssen jetzt hier gefangen. So, der Koopa. Kommt weg, auch dieser dumme Sniffet. Ich lösche jetzt hier einfach alle Gegner. Dann wird das alles kein Problem mehr. So, auch die nervigen Monty-Maulwürfe, die braucht man alles nicht. Und der Gistpilz, der kann eigentlich auch gleich weg. Ja, egal. Jetzt. Ach, jetzt müssen wir das so schaffen. Genug gecheatet. Nirgends Gegner. Das ist einfach genial. Und jetzt nehme ich das halt mal. Das sind eh keine Gegner, oder? Auch diese halbe kaputte Wolke. Was? Hey, Betrug. Ich hab da... Ich hab das da hingesetzt. Erklärung, bitte. Einfach so vollbaum, oder was? Oder geht das nur bei dem Gras hier? Na egal. Das stellt eh nicht das größte Problem dar. Oh, Mann. Ja, das hat mir kaum was gebracht. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Was ist das? Blöde... Spiel hier. Okay. Genug gecheatet. Cheatness sei jetzt auch nicht das Wahre. Ja, auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich für ein Like oder ein Abo freuen. Am besten, ihr teilt das Video noch. Das war es auf jeden Fall von mir. Bis dann. Und ciao. Euer Jono. Euer Jono.